Ja, ich möchte meinen Network Marketing Funnel vorstellen, mit dem ich im Network Marketing im siebten Monat einen Monatsumsatz von 210.000 gemacht habe. Ich möchte nicht angeben damit, aber ich möchte einfach zeigen, dass das wirklich funktioniert. Also dieser Funnel ist etwas anders. Was ist überhaupt ein Funnel? Ein Funnel ist ganz einfach ein Trichter. Das heißt, wenn du jetzt im Network Marketing bist, im Multilevel Marketing, fragst du dich, warum überhaupt einen Trichter haben? Ganz einfach, damit du unten die Leute rausbekommst, die wirklich mit dir arbeiten wollen. Das heißt, du sortierst die Menschen, das ist ganz, ganz wichtig. Du sparst die Zeit und vor allem du hast unten wirklich nur die Menschen, die schon wollen. Und das macht das Ganze einfach positiv. Grundsätzlich, früher habe ich mit einem anderen Funnel gearbeitet, ja mit einem Webinar und es war ein automatisiertes Webinar. Auch das hat funktioniert, funktioniert heute noch immer, aber es gibt einen besseren, einen perfekten Network Marketing Funnel. Das sind für mich Facebook-Gruppen. Lass uns nochmal zurückkommen auf die Webinare. Webinare funktionieren nach wie vor, allerdings nicht so gut wie Facebook-Gruppen. Webinare haben Nachteile. Ein Nachteil ist davon, du musst dir Leute in das Webinar bringen, logischerweise. Das heißt, wenn du jetzt Facebook als Plattform nutzt, ich hoffe das, ist die größte Plattform mit Abstand, dann hast du ein Problem, wenn du einen Link zu einer Webinar-Anmeldeseite schickst. Das mag Facebook nicht. Warum? Facebook mag die Menschen auf Facebook behalten. Das heißt, dieser Link wird für die anderen nicht sichtbar. Deine Sichtbarkeit wird eingeschränkt. Nächster Nachteil ist, du hast keine Viralität. Es meldet sich eine Person an zum Webinar, aber ladet keine ein, weil die müsste den Link wieder verschicken. Das heißt, du hast hier keine Dynamik, du hast hier keine Viralität. Es ist abgedroschen. Ich glaube, jeder hat irgendwie schon mal ein Webinar besucht, vielleicht schon zehn, jeder weiß, wie die ablaufen. Es ist immer das Gleiche. Du brauchst auch Termine. Es gibt viele, viele Nachteile. Und der vierte Nachteil ist, es ist verboten. Facebook hat das Wort Webinar verboten in Werbeanzeigen, in Postings. Das heißt, es ist schwierig, ein Webinar zu bewerben. Wenn du das Wort Webinar verwendest in einem Facebook-Posting, in der Beschreibung, aber auch woanders, dann wird dieses Posting nicht angezeigt. Also keine guten Voraussetzungen. Deswegen lass mich zur Gruppe kommen. Ich sage dir jetzt die Vorteile der Gruppe. Ich sage dir meine Erfahrung mit meinem perfekten Network-Marketing-Funnel und die vier konkreten Steps. Alles erfährst du noch in diesem Video, also bleib dran. Schritt zwei, die Gruppe. Was ist der Vorteil? Es ist duplizierbar. Im Network-Marketing sprechen wir immer von einer Duplikation. Das heißt, was ist Duplikation eigentlich? Das heißt, jemand, der neu zu mir kommt, ein neuer Teampartner, macht das nach. Am besten gleich am gleichen Tag. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass komplett neue Teampartner sich gerade angemeldet haben und eine Stunde später schon neue Kunden oder neue Partner generiert haben. Diesen Network-Marketing-Funnel kannst du verwenden, sowohl für die Kundengewinnung, als auch für die Partnergewinnung. Natürlich hast du dann zwei verschiedene Gruppen, also du hast zwei verschiedene Funnel. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das heißt, es ist duplizierbar. Stell dir mal dieses Momentum vor, wenn die Leute in deinem Team nicht alle heiligen Zeiten einen neuen Kunden generieren würden oder neuen Partner, sondern im Stundentakt und sofort und schnell. Wie würde sich das dann duplizieren und welche Dynamik hättest du dann? Der nächste Punkt ist, du hast ständig neue Leute. Wenn du das richtig gut machst und ich meine hier ein völlig neues Konzept, ich meine nicht, dass du eine Facebook-Gruppe aufmachst und dort die ganzen Postings von der Firma, Marketingplan, Produkte reingibst, da wirst du keine Entwicklung haben, sondern ein völlig neues Format. Das heißt, das ist anziehend für die Menschen. Und Menschen, die drinnen sind, finden das so spannend, dass sie andere reinbringen durch die Einladen-Funktion. Und das macht richtig Spaß, ja. Wie gesagt, der nächste Punkt ist der Vorteil, es ist eine völlig, also ich gehe einen völlig neuen Weg in der Gruppe. Bei meinem Gruppenkonzept gibt es keine Kommentare, das heißt, ich als Administrator habe keinen Aufwand. Ich möchte hier keine Community bilden, sondern ich möchte Menschen, ja, ich möchte, dass sie mir vertrauen, eine gewisse Sympathie, natürlich möchte ich das jetzt auch und ich lade dich dann noch zu einem Training ein. Das heißt, es ist eine völlig neue Art, eine Facebook-Gruppe zu führen. Und der vierte Punkt, Facebook liebt es. Ja, du kannst Facebook-Gruppen super bewerben in deinen Stories, in deinen Postings, überall, weil die Menschen ja auf Facebook bleiben und Facebook liebt Gruppen. Woran erkennt man das? Am 27. Jänner 2021, also diesen Jahres, hat Mark Zuckerberg auf seinem Facebook-Profil, kannst du nachlesen, ein offizielles Posting gemacht. Was sind die Schwerpunkte für 2021? Und er hat ganz klar gesagt, Communities, also Gruppen, ist der Schwerpunkt. Sie wollen noch besser Communities bilden und sie setzen den Schwerpunkt wirklich auf Gruppen. Gleichzeitig hat er abgemahnt und hat gesagt, alles, was eben nicht Gruppen ist, hat keine Priorität. Also Facebook-Seiten oder sonstiges. Und deswegen macht das sehr, sehr viel Sinn. Kurz zu meinen Erfahrungen mit meinem Network-Marketing-Funnel. Also ich war in der zehnten Firma, da hatte ich Erfolg, ich hatte aber neunmal keinen Erfolg. Ich habe früher nicht mit Facebook gearbeitet und habe am Anfang der zehnten Firma sozusagen begonnen, so langsam mit Facebook zu arbeiten. Ein paar Monate später, die Entwicklung war nicht schlecht, ein paar Monate später, habe ich dann Facebook-Gruppen entdeckt. Es war Mitte November 2016. Ja, genau. Und ich habe dann den Umsatz gesteigert von knapp 60.000 Mitte November auf Ende Jänner, im folgenden Jahr, das heißt wir haben den November, halben November, Dezember, Jänner, zweieinhalb Monate später auf 213.000 Euro. Warum ging das? Weil diese schnelle Duplikation da war. Leute, die sich überhaupt nicht auskannten mit Network-Marketing, kamen in meinen neuen Funnel, mussten nichts tun, außer die Gruppe benutzen. Das war wirklich, ja, das war die enorme Duplikation. Und ja, lass uns jetzt zu den vier Steps kommen. Die vier Steps von meinem perfekten Network-Marketing-Funnel von der Gruppe sind, Schritt 1, du brauchst mal eine Gruppe mit einem Video. Schritt 2, du ladest die Menschen ein. Schritt 3, du markierst sie. Schritt 4, du schickst ihnen eine Nachricht. Lass mich kurz darauf eingehen. Schritt 1, du brauchst mal eine Gruppe und eine Gruppe erstellt man nicht so, wie viele eine Gruppe erstellen. Und dann hast du ein Video. Das heißt, du hast ein Video auf der Top-Position und dieses Video hat ein genaues Drehbuch. Also es ist wichtig, das nicht irgendwie zu drehen, sondern es gibt ein Drehbuch. Man muss den Leuten die richtigen Dinge sagen. Wenn du wissen möchtest, wie machst du dieses Drehbuch, wie geht das genau, dann lade ich dich ein, unterhalb ist ein Gratistraining. Da steht, wie habe ich in 30 Tagen 110 Partner generiert. Wenn du dich dort eintragst, hast du zwei Vorteile. Du bekommst einmal ein Training, wie ich mit Sprachnachrichten gearbeitet habe. Das ist ja der vierte Schritt, der sehr wichtig ist dann. Und du bekommst auch Zugang zu meiner Gruppe und zu der Information, wie man jetzt genau dieses Drehbuch aufbaut und wie man eben die Gruppe macht. Also Gruppe mit Video, dieses Video ist wichtig. Schritt 2, deine Partner laden Menschen in die Gruppe ein. Logisch, ja. Schritt 3, sie markieren die Leute unterhalb von dem Top-Video, das ja oben angepinnt ist. Und Schritt Nummer 4, sie schicken eine Sprachnachricht. Aber eine Sprachnachricht hat einen genauen Aufbau. Ich habe damals in zwei Jahren, habe ich ja über 800 direkte Erstlinienpartner generiert. Und was wollte ich sagen eigentlich? Ja, ich habe mit Sprachnachrichten gearbeitet. Ich habe über 7000 Menschen direkt kontaktiert. Und hier hat sich herauskristallisiert ein System, das gut funktioniert. Und das möchte ich dir auch gerne zur Verfügung stellen. Wenn du bereit bist, wenn du offen bist, dann schau einfach unterhalb, trag dich ein. Sofern ich den Link jetzt nicht vergesse, das letzte Mal habe ich ihn vergessen, sorry. Also das ist mein perfekter Network Marketing Funnel. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen, auch wenn du sagst, den nächsten Schritt möchte ich nicht gehen. Alles gut, schön, dass du da bist. Rock it. Bye, bye. Ciao, ciao. BallTack.